Irgendwie so ein bisschen die anheizen, die Böhren, also ein bisschen... Wir üben schon mal, wir geben alles. Genau, also. So, liebe Narren und Narren, wenn ihr den Schlüssel haben wollt, wenn ihr an die Berliner und das Bier wollt, dann müsst ihr vorher noch was singen. Ja? Und zwar, WDR für eine Stadt, wir wollen noch mal Mahl retten. Also, ihr habt geübt, los geht's. Wir wollen noch mal Mahl retten! Ja, wir wollen noch mal Mahl.